Bernie und Erz Heute Video Verdammt, es regnet ja wie Sau. Dabei wollte ich heute eigentlich in den Schwulenpark. Naja, mache ich mir halt einen gemütlichen Fernsehabend und hole mir einen runter. Hey Erz, was machst du denn hier? Ich dachte du bist im Schwulenpark. Ja, es regnet und da dachte ich, ich gucke mir einen Film an. Hey Erz, gute Idee. Was hast du denn für Filme da? Also ich habe hier Grasierte Soldaten Teil 12. Kenn ich schon. Kommelfeuer aus der Sackkanone. Hey, das ist der Film, wo ich mitgespielt habe. Na, da würde ich den nicht sehen. Und Monstergurken überfallen die Schweiz. Ah, das ist doch alles scheiße. Heutzutage guckt man DVD. DVD, was ist das denn? Ist das ein neues Format zum Filme gucken? Nein, das ist der neue Tierporno. DVD. Dackel, Vögel und Dachse. Viel Spaß beim Wichsen, Erz. Nö, Vielen Dank.